How to Supersucht die Klingelton auf dem iPhone So, viele haben sich gewundert, gefragt, Mensch, das geht doch gar nicht auf dem Apple iPhone, ne, diesen ganzen Klingelton von den Supersuchtis und so weiter. Geht doch, man muss nur wissen, wie! Man muss nur seine Hörn einschalten. Ihr braucht natürlich den Dropbox-Link, dann leitet ihr euch das runter, dann habt ihr die MP3s, dann schiebt ihr sie bei euch in das iTunes hinein, so wie man hier sieht. Packt es auf euer iPhone als MP3 und jetzt leitet ihr euch ein Programm runter, was so ein Converter ist. Hier sieht man zum Beispiel eins davon, das ist Ringtones, das ist sogar gratis, das leitet euch runter, kostenlos. Aufmachen, Song auswählen, ganz klar, wir nehmen jetzt hier mal einen von denen, dann könnt ihr entscheiden, soll das jetzt ein Klingelton sein, soll das ein Textton sein für SMS, das könnt ihr auswählen. Dann einfach hier hin und her schieben, ihr könnt es abspielen, dann hört ihr ja, wie lange das sein muss, wählt es aus, macht praktisch die Auswahl, Success, speichern und schon hat er es konvertiert. Wie kriegen wir das jetzt allerdings hin, dass es ein Klingelton wird? Hm, das ist jetzt ein bisschen umständlich, geht aber eigentlich ganz schnell. Ihr müsst jetzt wieder das Telefon an iTunes anschließen und dann in den Apps quasi unten auf Ringtones gehen und dort habt ihr die ganzen Files hier umkonvertiert. Diese M4R sind ja für Apple die Klingelton-Formate, was anderes frisst er nicht. Die zieht ihr euch auf den Desktop, um sie dann wieder ins iTunes reinzuschieben und dann packt ihr sie von iTunes wieder aufs Telefon. Ist ein bisschen umständlich, geht aber nicht anders. Und dann seht ihr jetzt hier bei euch schon in den Einstellungen bei Klingelton hier schon aufgelistet und jetzt könnt ihr sie auch einstellen als Klingel- und SMS-Ton. Geht also ganz einfach, wir müssten halt nur wissen wie, ne? Deswegen dieses Video ein kleines Outdo. Wenn ihr noch Fragen habt, packt es in die Kommentare, ich werde es hier definitiv nicht beantworten, weil wer das nicht kann, der hat diesen Klingelton einfach nicht verdient. Ja? Over and out! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!